Heute sprechen wir über ein Thema für Anleger, die nicht nur von Kurssteigerungen profitieren möchten, sondern auch von regelmäßigen Cashflows. Die Rede ist von Dividenden-ETFs. Denn auch ich selbst muss zugeben, dass es wenig gibt, was mich beim Investieren mehr freut, als wenn ich morgens beim Kaffeetrinken eine Benachrichtigung erhalte, dass wieder eine Dividendenauszahlung auf mein Konto überwiesen wurde. Daher geht es heute kurz und knapp darum, wie du mithilfe von meiner breit gestreuten, aber eigentlich simplen ETF-Auswahl ein Portfolio aufbaust, das jeden Monat Geld auf dein Konto auszahlt. Und abschließend gibt es noch meine Meinung und Fazit aus bald 10 Jahren damit. Und ja, somit wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir beginnen, noch der Hinweis, dass dieses Video keine Anlageberatung darstellt. Abgesehen davon freue ich mich aber natürlich, wenn du meine Arbeit kostenlos unterstützt und ein Abo da lässt, damit auch in Zukunft ja einfach weitere Videos produziert werden können und du diese nicht verpasst. Vielen herzlichen Dank. Dividenden sind, ja wie die meisten schon wissen, regelmäßige Zahlungen, die Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten, wenn sie eben Gewinne erwirtschaften. Wenn du also Aktien eines Unternehmens besitzt, erhältst du einen Teil des Gewinns. Die dabei wichtige Dividendenrendite zeigt, wie viel Prozent des Aktienkurses diese Ausschüttung ausmacht. Der Vorteil von Dividenden-ETFs ist hier aber, dass Aktien von Unternehmen eben gebündelt werden, die regelmäßig Dividenden auszahlen. Damit profitierst du also von einer breiten Streuung und reduzierst das Risiko, indem du eben in viele Unternehmen gleichzeitig investierst. Zusätzlich bietet ein Dividenden-ETF aber so natürlich auch stabile und regelmäßige Einnahmen, ohne eben, dass ja selbst einzelne Aktien ausgewählt und gewichtet werden müssen und damit ja im Vergleich natürlich auch einfach kostengünstiger sind. Ein ETF-Portfolio, das aber wirklich monatlich ausschüttet, also von Januar bis Dezember, klingt natürlich zunächst verlockend. Wer würde nicht gerne ja jeden Monat eine Art passives Gehalt erhalten? Doch bevor du dich auf die Suche nach monatlichen Ausschüttungen in ETFs machst, solltest du genau überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Denn häufig ist es einfach eher ein psychologischer Aspekt, jeden Monat ja Einnahmen sehen zu wollen, aber die entscheidende Frage lautet eben, brauchst du wirklich Monat für Monat eine Ausschüttung oder reicht es dir zum Beispiel quartalsweise, also viermal im Jahr, höhere Ausschüttungen zu erhalten? Ich frage das deswegen, weil ein Blick auf viele der am Markt verfügbaren monatlich ausschütteten ETFs einfach zeigt, dass diese oft mit viel höheren Gebühren verbunden sind und häufig auch ein ja geringeres Fondsvolumen aufweisen. Wenn du dich also ausschließlich auf ETFs mit monatlichen Ausschüttungen konzentrierst, schränkst du deine Auswahl einfach erheblich ein und könntest am Ende mehr zahlen, ohne wirklich einen Mehrwert zu erhalten. Meine Vorgehensweise ist daher nicht nur nach monatlich ausschütteten ETFs zu suchen, sondern lieber mehrere ETFs miteinander zu kombinieren, die eben quartalsweise auszahlen. Da dies bei den meisten ETFs der Fall ist, behältst du dir eine breite Auswahl und erzielst dennoch am Ende eine regelmäßige monatliche Ausschüttung. Man profitiert also mehr oder weniger von den Vorteilen einer breiten Diversifikation, ohne eben Kompromisse bei den Kosten oder auch der Performance einzugehen. Da ich selbst aber außerdem auch ein Fan von Simplifizierung bin, setze ich dabei nur auf drei, aber sich sehr gut ergänzende Dividenden-ETFs. Kommen wir also direkt zu meiner Auswahl. Der erste ETF in meinem Portfolio ist der Spider Global Dividend Aristocrats ETF. Wie der Name hier schon andeutet, investiert dieser ETF in sogenannte Dividenden-Aristokraten, also Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 10 Jahren nicht gesenkt haben. Diese Unternehmen zeichnen sich zudem durch einen positiven Eigenkapitalrendite aus und einen stabilen Cashflow aus ihrer Geschäftsständigkeit. Der ETF schüttet dabei alle drei Monate Dividenden aus, und zwar im Februar, Mai, August und November. Und aktuell liegt die Ausschüttungsrendite bei 3,92%. Als Ergänzung zu diesem ETF bietet sich der Vanguard FDSE All World High Dividend Yield ETF an. Dieser ETF bildet eben einen Index ab, der vor allem große und mittelgroße Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit eben überdurchschnittlichen Dividendenzahlungen enthält. Mit insgesamt über 2.000 Positionen ist dieser ETF also deutlich breiter aufgestellt als der Spider Global Dividend Aristocrats. Und ja, die Dividendenauszahlung erfolgt hier eben auch quartalsweise, aber eben im März, Juni, September und Dezember. Außerdem ist die aktuelle Ausschüttungsrendite bei knapp 3,11%, wobei seit Auflage auch über 5% jährlich ausgeschüttet wurde, was eben die historische Rendite zeigt. Um aber das komplette Jahr abzudecken, also von Januar bis Dezember, kommt jetzt noch der letzte Kandidat dazu, nämlich der iShare Stocks Global Select Dividend 100 ETF von BlackRock. Und dieser ETF investiert in knapp 100 führende Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die eben aus Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum stammen. Die Ausschüttungen erfolgen auch hier eben quartalsweise, aber eben im Januar, April, Juli und Oktober. Und hier liegt die aktuelle Ausschüttungsrendite bei attraktiven 5,38%, wobei seit Auflage auch hier über 5% jährlich ausgeschüttet wurden. Mit diesen 3 ETFs haben wir somit das gesamte Jahr von Januar bis Dezember abgedeckt und besonders wichtig war mir eben dabei aber auch, darauf zu achten, dass eben keine übermäßigen Überschneidungen bei den enthaltenen Unternehmen und Branchen auftreten. Hier nutze ich regelmäßig das X-Ray-Tool von Morningstar, das sich einfach hervorragend eignet, um mein eigenes Portfolio eben regelmäßig auf ausreichend Diversifikation zu überprüfen. Kommen wir damit aber auch zu einem Fazit und meiner persönlichen Einschätzung. Denn abschließend lässt sich sagen, dass Dividenden-ETFs definitiv insgesamt eine tolle Möglichkeit bieten, ein regelmäßiges Einkommen zu generieren und gleichzeitig eben auch von den Vorteilen einer breiten Steuerung zu profitieren. Besonders für Anleger, die sich nicht intensiv mit der Analyse einzelner Aktien auseinandersetzen wollen, bieten also Dividenden-ETFs eine, ich würde sagen, bequeme und kostengünstige Lösung. Die entscheidende Frage sollte dann aber lauten, wann ist insgesamt ein Dividendendepot die richtige Wahl gegenüber einer herkömmlichen Weltportfolio-ETF-Strategie, wie ich sie hier immer wieder durch meine Erfahrungen häufiger positiv erwähnt habe. Hier ist die Beantwortung der Frage rational und renditeorientiert eigentlich recht einfach zu beantworten. Vor allem für Anleger, die den Cashflow eben benötigen, also sich zum Beispiel vor oder dem normalen Ruhestand nähern oder bereits im Ruhestand sind, kann eine solche Strategie eine wertvolle Quelle für regelmäßige Einnahmen sein, um eben einfach den Lebensunterhalt zu sichern. Aber wenn die regelmäßigen Dividenden eben nicht benötigt werden und sowieso nur wieder reinvestiert werden, sollte man sich schon gut überlegen, in welchem Ausmaß dies wirklich sinnvoll ist. Denn ja, bei jeder Dividendenauszahlung stehen natürlich auch größere Steuerbelastungen und Transaktionskosten, welche die Endrendite natürlich schmälern. Man sollte sich also meiner Meinung nach nicht ausschließlich von Dividenden leiten lassen, denn am Ende zählt eben einfach die Gesamtrendite und es spielt eigentlich keine Rolle, ob diese durch Dividenden oder Kursgewinne erzielt wird. Entscheidend ist eben einfach die Gesamtperformance des eigenen Portfolios. Nichtsdestotrotz sind gerade Dividenden-ETFs besonders für Anleger geeignet, die eben Stabilität und planbare Ausstellungen suchen. Ganz egal, ob es ja zur Vorbereitung auf den Ruhestand ist, als verlässliche Einnahmequelle im Alltag oder einfach aus ja Motivationsgründen, wie es bei mir selbst oftmals der Fall ist, um einfach weiter beim Investieren dran zu bleiben. Letztlich hängt die Entscheidung also von deinen individuellen Zielen und deiner Anlagestrategie ab. Gerne würde mich aber deine Meinung dazu interessieren, bist du für oder gegen Dividenden und was sind deine Beweggründe dafür oder dagegen? Lass also gerne einen Kommentar da, auf den ich sehr gerne antworten werde. Ansonsten freue ich mich natürlich auf deinen Daumen hoch und ein Abo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.